Das ist auch gemein, Bots und Security-Firewall-Dinger. Okay. Die erste Hürde hätten wir schon mal. Oh, ich hasse es. Okay. 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 75% Stealth Power Max 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 Oh, Mann. Resultat. Mission complete. Gold medal. Earn 640 credits. Mission objective. Sneak past the security bots. Bonus objective. Finish within 1 minute. 32 seconds. Complete. Press F1 for more details. Jei, 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 jei. So, wie viel haben wir denn? Okay, wir brauchen noch 300 credits, dann können wir uns einen neuen Statpoint kaufen. Den werde ich dann wahrscheinlich mal auf Connering weiterlegen, damit wir ein bisschen schneller werden. Hui. Bot swarm. Ach. Ja, toll. Danke. Danke. Wieso liest du das nicht mehr vor? Was soll der Mist? Das nervt. Naja. Banik sagt, wow, heavy stuff. Ja, gut. Elijah sagt, can you help us? Banik sagt, the news feeds are all controlled by the core. Obviously, we have our pirate network, but the Zaybatsus will retaliate. Elijah sagt, we are working on a way of protecting ourselves. Can you do it in principle? Banik sagt, I don't know. Man, you can't fight a Zaybatsu. They're like these giant brains. Hmm. Elijah sagt, we will find a way. This is your chance to save humanity. Banik sagt, I don't know. I guess we could run a test. Here, use this link. It will go out to a core group of believers. Okay. The terminal displays transmit propagating data. Warning, data. Banik says unreal. There's corporate bots warming all over it. Dude, it's a data massacre. Okay, nochmal ganz kurz nachlesen. The terminal displays transmit data. Propagating data. Warning, data intercept in progress. Banik says unreal. There's corporate bots swarming all over it. Duke, Elijah says maybe I can get the data passed them manually. Loading mission, mission objective. Okay, was haben wir da jetzt? Also, das heißt, wir wollten die Dinger, wir wollten die Dinger, also die Daten wollten wir eigentlich veröffentlichen, aber das geht irgendwie nicht, weil da zu viele Bots sind, die das irgendwie abfangen. Und die müssen wir jetzt irgendwie ausmanövrieren. Wie es halt immer so ist bei solchen Racing-Dingern, ne? Loading mission, mission objective, finishing first place, bonus objective, achieve a top speed of 226% worth 160 credits. Ach so, ja gut, okay, das dürften wir jetzt 226, dürfen wir vielleicht sogar schaffen. Ach du je. Third place. Second, second, first place. Power max. Second place, third place. Second place. Good, good, second place. First place. Nein, 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 nein! Verdammt! Schau mir hier so Fluche! Oh, die Musik! Power Max! Oh, die Musik! Oh, die Musik! Oh, die Musik! Oh, die Musik! Was? Nicht complete? Schade. Na gut. Ja, das ist, ja, das ist, ja, das ist, ja, das ist wohl so. Oh, die Musik! Oh, die Musik! Oh, die Musik! Was ist denn Weapon-Training? Was ist denn Weapon-Training? Was ist denn Weapon-Training? Zeig mal! Okay. 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 Das lesen wir gleich. das, ja, das kennen wir. Oh, das lachen wir. Okay. Oh, nein. Oh, nein. Hä? 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 Ich glaube, irgendwas war ich falsch. Ich glaube, irgendwas war ich falsch. Ähm, ich habe immer das Gefühl, dass wir diese Mission gerade nicht erfolgreich machen. Ich verstehe gerade diese Mission nicht. Ich verstehe gerade diese Mission nicht. Hm, ich habe so die Befürchtung. Oh, doch echt? Okay, äh, die Mission verstehe ich tatsächlich nicht. Ich habe es geschafft, aber ich weiß nicht wie. Vor allem, weil mich ein Geräusch irritiert hat. Und da in meinem rechten Ohr war immer dieses Geräusch von Bots zu hören. Dieses Bih, 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 Bih. Das hat mich so ein bisschen irritiert. Aber gut, wenn wir es natürlich geschafft haben, ja bitte, meinetwegen. Mission Selection. Agreed with Mission. Ocean Hub. Golden. Weapon. Okay, hier haben wir nichts mehr. Okay, hier haben wir nichts mehr. Okay, Team Meet. Och, Menno. Kann ich vielleicht das mit der Dings auslesen, mit der OCR? Ach, Inhalt nicht sichtbar. Äh, mhm. Aha. Okay. Ich versuche gerade, ich versuche gerade rauszufinden, ob man das vielleicht lesen kann. Ach so, das ist die Zwischenablage, die ich hier habe. Okay. Äh, ja, okay. Okay, wir müssen irgendwas tun. Es tut mir leid, sorry. Ich dachte, mit dem Screenreader wird es leichter, das zu lesen. Okay, jetzt machen wir erstmal mein Folgendes. Ich muss gerade ganz kurz was gucken, dass ich die Zwischenablage ausmache. Ich weiß gar nicht, ob die zu sehen ist hier. Ich mache das gerade mal aus. Moment. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt mal tatsächlich ganz kurz das Fenster gewechselt, um die Zwischenablage wegzukriegen. Ich hoffe, dass die jetzt da nicht sichtbar war die ganze Zeit. Wenn ja, dann kann ich es auch nicht ändern. Tut mir leid. Und ich habe doch herausgefunden, dass wir mit der Zwischenablage, beziehungsweise mit dem, was wir hier noch als NVDA haben, die OCR, dass ich da nochmal alles auslesen kann. Das werde ich dann demnächst einfach mal tun. So. Dort. 3rd place. 2nd place. 1st place Wow Power Max Ah Mist Turbo wieder falsch eingesetzt Results Was? Warum nicht? Naja, egal Ich hab einen Fanclub, ja, ich hab einen Fanclub Okay 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 Show off Yo Bannik says, but I bet you can't beat the resistance record for data collection Elijah says, well, I don't know, is it really relevant right now? Bannik says, man, I didn't expect excuses from you Come on, dude, show us what you can do Ach du je So, jetzt heißt es, also, wir müssen irgendwas machen Müssen wir gleich mal gucken Was müssen wir denn? Okay Das Schauen wir doch mal Das Schauen wir doch mal Okay Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Also man merkt schon, die sind schon anspruchsvoll genug, die Dinger Ich bin froh, dass ich da umgeschaltet habe Ich bin froh, dass ich da umgeschaltet habe Hä? Ich bin froh, dass ich da umgeschaltet habe Ich bin froh, dass ich da umgeschaltet habe Ich bin froh, dass ich da umgeschaltet habe Okay, hier geht es nicht weiter Okay, hier haben wir nichts mehr Dann lass uns mal das hier machen Ups Das lesen wir gleich After the smart Reading file contents Nightclub nightmare A night out at a local dance club has turned into a battle for survival After the smart system control in the building malfunctioned At midnight, the club's HVAC shut down and its doors and windows sealed Trapping revelers inside and cutting off their air supply Attempts to override the building's aid dot i or break through the reinforced structure off The former military facility have all failed It is estimated that the 86 people trapped inside have about one hour of oxygen left Ups Antimony says it's a message from the joyful panel Give them the files or else Okay Antimony says Elijah says this changes things We can't release the data with people being held hostage Ja, das heißt, er erpresst uns jetzt Er erpresst uns jetzt damit, dass er 86 Leute in diesem Nightclub gefangen hält Und die Luftzufuhr gestoppt hat So ein Schweine AI Antimony says Can you sneak into the club's systems and reactivate the air supply? Elijah says yes But I'm sure that the joyful panel's bots will be swarming the place Och nö, nicht schon wieder Loading mission Was ist denn jetzt schon wieder? Das muss ich wieder den Bots ausweichen, oder was? Ach nö Unloading Press Enter to continue Was haben wir denn? Mission, mission objective Finish in first place Bonus objective Do not collide with any barriers worth 160 credits Oh, nein Ich hab's gewusst Okay First place Power Max Power Max K If you want to kill her Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 1st place 171% speed Oh, natürlich 1st place 185% speed Power max Power max Power max Power max Power max Ah, Mann! Na, super! Nee, nee, sorry. Wir müssen auf dem ersten Platz bleiben. Das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Ah, toll! Oh Gott, aber das Schaffen weiß ich zwar nicht, aber... Ja, da kommen sie schon. Hm. Ja, das darf doch nicht wahr sein. Machen! 2. 2. 3. 4. 4. 6. 7. 10. 10. 10. 11. 12. 14. 15. 15. 15. On the Air. 2. 2. 4th place. 4th place. inches. Nein, das war nichts. Die Mission ist gescheitert. Boah. Ach du Scheibe.